Ah, das ist hier das Ding, das Ding hier. Panzer-XP bekam ich 97 dazu und ich bekomme immer IQ, das ist interessant, das ist sehr interessant. Am meisten ausgeschaltet, okay. Mehr Bang, okay, cool, dann bis zum nächsten gleich. So, nächstes Spiel, ich mach einfach mal zwei Spiele in einem, äh, in einem Video. Ich nehm mir mal das Recht raus, weil es dauert bestimmt nicht lange so ein Spiel, weil ich sowieso auch die ganze Zeit verliere und bloß stirb. Oh, aber das wird mit der Zeit besser, also, denke ich mal, dass es besser wird. Habt Geduld mit mir. Und ja, ich muss sagen, ich bin angetan von dem, ähm, ich bin sehr angetan von Crysis, äh, Multiplayer-Ding. Äh, nicht Multiplayer, Scheißdreck, von Crysis, äh, WAAA! Ich bin ja echt beschissen, hey, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Oh, voll den Haley, ey. Umkleide-Kabinen, ja. Ich bin ja echt bloß noch schlecht, oder? Ich seh' keinen, ich bin viel zu langsam und weiß ich nicht mehr, was alles ist. Und da hinten, da ist einer und ich vergesse einfach, dass ich Zielen gedrückt halten muss. Ich glaub, den bekomm ich. Oh, den bekomm ich nicht, natürlich nicht. Meine Fresse, hey. Das ist ja mal überhaupt nicht schlecht, oder? Ich bin ja echt der Schlechteste. Ich hab da einen gesehen auf der Karte. Ich will jetzt ne, äh, ich will ne Shotgun. Bestimmt kommt gleich ein Gegner jetzt. Natürlich. Ich find kein Gegner jetzt. Aber ich muss sagen, ich bin, auch wenn ich jetzt grad unglaublich schlecht bin, bin ich unglaublich davon angetan. Da hinten ist ne Granate, schön. Sniper-Schuss. Kein Ding. Ohpala, Nebenlese. Hat der grad gesagt, verpiss die, du Arschloch? Ich hab's doch gehört. Das gibt's doch nicht, bin ich schlecht, ey. Meine Fresse, bin ich schlecht. Bestimmt ist da irgendwo einer und ich seh'n jetzt grad einfach bloß nicht mal so doof bin, um das zu sehen. Boah, ich hab dir doch in die Fresse geschlagen. Mann, ich hab dich doch angegriffen. Ich hab's kurz gesehen, dass er unsichtbar war. Okay, wir da jetzt sofort rausgehen. Rennen. Ich muss nicht in Deckung gehen. Vielleicht ein bisschen. Was stand da? Ich bin völlig konzentriert, ey. Steht der einfach vor mir. Ich glaub's nicht, ey. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das haut mich um. Und nicht mal den bekomme ich ja. Hallo. Hey, komm. Ist überhaupt nicht schlecht, oder? Ich bin ja also unglaublich schlecht. Ich bin anscheinend echt wirklich schlecht. Ich will mal meinen coolen Luft-Kid machen. Seh' ich hier einen? Nö, hier ist keiner. Bestimmt denk' ich bloß, dass hier keiner ist. Bestimmt ist hier irgendwo einer. Ist da einer? Nö. Da war einer. Da sind's alle. Oh, Mann. Ich hab einen gekillt, muss ich mal sagen. Ich hab einen gekillt. Das ist doch schon mal was wert, ne? Na ja, lasst schon. Also, ich seh' das jetzt so. Boah, Mann, ey, dass ich voll scheiße bin. Ne, ich seh' überall liegen unsere Leichter, wenn wir so scheiße sind. Also, ich seh' das jetzt so. Das, ähm... Getroffen! Arschloch! Stirb! Hallo? Ich schmeiß auf den eine Granate und schieß dem voll in die Fresse? Und das ist dem voll nicht egal? Achso, der war im Panzermodus, okay. Dann sag ich nix. Wischt. Ja, klar, mich töten sie und die anderen nicht. Nein, nein. Also, das Ziel ist, wer als erstes 50 Kills hat. Der gewinnt. Haben wir nicht. N' egal. Hinter mir ist einer. So was. Ich hab grad'n Assist gemacht. Ach, der bin ich cool. Oh, da war irgendwo einer hier oben. Nein, da ist er. Ja, da stand er. Jetzt hab ich gesehen, da stand er. Und wir haben gewonnen. Wir haben 50 Kills, aber nicht dank mir, sondern wegen den anderen. Weil ich mal wieder ganz schlecht bin. Und das war Crysis 2 Multiplayer. Und es kommen auf jeden Fall noch mehrere. Das macht echt riesig Bock. Also, die mach' ich noch. Videos davon, wie ich Crysis 2 spiele im Multiplayer und auch so im Singleplayer durch. Ja, stand genau neben mir. Ich stand genau neben ihm. Ich glaub's nicht, bin ich scheiße. Okay, ähm... Meine Dinger erhöhen sich. Cool. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich weiter spiele. Tschüss, bis dann. Abonniert mich. Ciao. Bleibt so schön.